Diese Woche bei DVS-TV HWK schreibt den Seifritz-Preis aus ReaJet FL DVS fragt nach Faser-verstärktes Kunststofffügen auf dem DVS-Kongress und der DVS-Expo und BVTG Treppenbauer-Tage bei 3M Herzlich Willkommen bei DVS-TV Zum 27. Mal zeichnet der Verein Technologietransfer Handwerk Unternehmer der Branche und ihre Partner aus der Wissenschaft aus die gemeinsam innovative Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht haben Die Gewinnerteams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt bis zu 25.000 Euro Für den Transferpreis Handwerk und Wissenschaft auch unter dem Namen Seifritz-Preis bekannt können sich Handwerksunternehmer und Wissenschaftler aus ganz Deutschland bewerben die gemeinsam neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen oder Formen der betrieblichen Organisation entwickelt haben Die Projekte sollen zeigen, wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen kann Außerdem muss das Teamprojekt zu einem Ergebnis gekommen sein und erste Erfolge am Markt aufweisen Bewerbungsschluss ist der 10. Juni Das Kennzeichnungssystem ReaJet FL markiert Metalle und Kunststoffe konstant und fälschungssicher Die hohe Auflösung ermöglicht die Applikation kleinster Zeichen sowie Maschinen lesbarer Codes und damit die Rückverfolgung von Waren Der verbrauchsmittelfreie wartungsarme Faserlaser überzeugt mit einer Lebensdauer von etwa 100.000 Betriebsstunden und bietet daher große Investitionssicherheit Typische Anwendungsbereiche sind die Markierung von Verbundfolien wie Schlauchbeutelverpackungen, die Prägung und Farbumschlagsbeschriftung von Metallen sowie die Kennzeichnung mittels Lasertransferfolien Der Faserlaser realisiert darüber hinaus das immer wichtiger werdende Direct Part Marking von Metallkomponenten Seine hohe Strahlqualität und Energiedichte garantieren eine hervorragende Lesbarkeit der Gravur Ein interessantes Thema auf dem diesjährigen DVS-Kongress und der DVS-Expo wird das Fügen von Faserverbundwerkstoffen sein Wir haben mit Axel Janssen, Leiter der Arbeitsgruppe Fügen und Kunststoffe, über den Bereich gesprochen Herr Janssen, welche Branchen sind für das Fügen von Faserverbundwerkstoffen von Interesse? Ja, da ist klassisch zu nennen der Automobilbau, Automotive-Bereich, Stichwort erneuerbare Energien Dann im Schiffbau, dann auch der Bereich Luft- und Raumfahrt und die Medizintechnik im Bereich Prothetik Welche Technologien, Verfahren werden derzeit vorrangig für das Verbinden von Faserverstärkten Kunststoffen eingesetzt? Ja, im Wesentlichen sind es eigentlich die mechanischen Fügetechniken, wie zum Beispiel das Klinschen oder das Nieten oder auch Insets Also das Verwenden von Insets, aber auch Schweißverfahren wie das Laserdurchstrahlschweißen kommen zum Einsatz Und wir haben jetzt dieses Jahr den großen DVS-Kongress, die große DVS-Expo Welche Themen werden denn für die Besucher vorbereitet? Ja, das sind Themen, die in einem Vortragsblock zusammengefasst sind Wir haben zwölf Vorträge aus der Arbeitsgruppe W4 Fügen von Faserverstärkten Kunststoffen, die im AFT neu gegründet wurde Und wir haben alle Bereiche im Prinzip abgedeckt Wir haben Praxisvorträge, wir haben verfahrenstechnische Vorträge Aber auch Qualitätssicherung und Ausbildung sind im Fokus Die BVTG Treppenbautage fanden dieses Jahr am 13. und 14. März bei 3M Deutschland in Neustadt Das Programm orientierte sich in Theorie und Praxis an den Erwartungen und Bedürfnissen der mehr als 80 Teilnehmer aus ganz Deutschland Die 3M Deutschland als diesjähriger Gastgeber und Organisator hatte sich schon frühzeitig mit Schwerpunktthemen beschäftigt Ziel war, die Besucher an den Erfahrungen teilhaben zu lassen, die einzelne Treppenbauer bereits mit 3M Anwendungslösungen gemacht hatten Bei den Ausstellungen der Sponsoren und während der 3M Fokus-Demonstrationen wurden viele Informationen gewonnen Die nach Aussage von Teilnehmern schnell umgesetzt werden wollten Das Programm bot außerdem viele Gelegenheiten für Gespräche und Erfahrungsaustausch bei guter Stimmung Vielen Dank fürs Reinklicken! Wir sehen uns nächste Woche wieder Bis dahin eine charmante Zeit!